Manche Pilze, beispielsweise die Hefe, die den Zucker zu Alkohol vergärt und das Brot aufgehen lässt, bestehen aus einzelnen Zellen, die sich durch Zweiteilung vermehren. Die meisten Pilze bilden jedoch Netzwerke aus vielen Zellen, aus Hypen genannt. Diese Strukturen aus dünnen Röhren verzweigen sich, verschmelzen und verflächen sich zum anarchisch-filigranen Mycel. Das Mycel ist die am weitesten verbreitete Lebensform der Pilze. Man stellt es sich besser nicht als Gegenstand vor, sondern als Prozess. Als unregelmässige, auf Erkundung ausgerichtete Neigung. Wasser und Nährstoffe fliessen innerhalb der Mycel-Netzwerke durch die Ökosysteme. Das Mycel mancher Pilzarten lässt sich elektrisch anregen und leitet die elektrische Aktivität wellenförmig durch die Hypen. Ganz ähnlich wie elektrische Impulse durch die Nervenzellen von Tieren fliessen.